Ja, Freunde, ich denke wir kennen alle dieses Gefühl. Es ist Freitag und ihr seid stolz auf euch. Eine weitere Schul- oder Arbeitswoche liegt hinter euch und ihr fragt euch momentan, wie ihr eigentlich euren Freitagabend noch ein wenig versüßen könnt. Also ich an meiner Stelle hab mir heute mal vorgenommen, immer so richtig schön gepflegt, in die Hosen zu scheißen. Und aus diesem Grunde heiße ich euch willkommen zu Let's Play Monstrum. Wir haben das Ganze ja schon mal im letzten Livestream ein wenig angezockt, da fand ich es eigentlich ganz witzig und dachte mir einfach mal so, komm, nimmst du einfach mal eine kleine Runde auf und guckst einfach mal, wie das dann bei euch so ankommt. Und ich wurde an dieser Stelle gar nicht mal so lange gesappelt und einfach mal sagen, nicht lang schnacken, New Game im Nacken. So, Freunde, und da sind wir auch schon direkt im Spiegel gelandet und wie es aussieht, müssen wir jetzt wohl erst einmal einen Weg von diesem Schiff hier runter finden. Ich glaube, wir befinden uns hier auch gerade in so einer Art Safe Room oder sowas. Hier liegt irgendwie so ein komischer Schraubendreher, den wir natürlich nicht mitnehmen können, weil es hier nur eine potenzielle Waffe wäre, aber was weiß ich schon, ne? Ich bin ja nur ein dummer Typ, der hier Spiele spielt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier einmal kurz durch. Einmal die Tür auf. Hier liegt schon irgendwas auf dem Boden. Aha, eine Taschenschlampe. Standardausrüstung in jedem Horrorgame. Hier liegt auch irgendwas. Ist das so ein Sippo-Feuerzeug? Das nehme ich mal mit. So, können wir damit auch Licht machen? Tatsache, das geht auch. Ich will aber allgemein die beiden Sachen nicht zu viel benutzen, weil ich Angst habe, dass dann irgendwo Batterie oder Benzin oder so leer geht. Hier lag gerade auch noch irgendwas. Eine, was ist das? Eine Fius, eine Sicherung. Aha, wie ein Schloss, wenn der Typ die Sache immer in die Kamera hält, ne? Naja, gut, okay. Ich lasse erstmal die Taschendampe hier in der Hand. Äh, ist hier sonst noch irgendwas, irgendwie so eine kleine Rohrzange, hier Maulschlüssel. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Hier können wir, können wir uns da drin eigentlich verstecken? Geht das? Wir können uns tatsächlich hier drin verstecken. Das ist cool. Das finde ich cool. Geil. Okay, ich stehe mal wieder auf. Hier sind noch Schubladen. Ja, überall eben halt Werkzeuge drin, ne? Aber ansonsten nichts. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schreiten einfach mal durch die Tür hindurch. Und begeben uns. Wurtwörtlich in die Hölle. Hallo? Hölle? Das sieht gefährlich aus. Was ist das? Oh, oh, ein undichtes Rohr. Ich glaube, da müssen wir mal den Klempner anrufen. Warte mal, ich bin, ich bin auch selber Klempner. Ja gut, ich werde das gleich mal reparieren. So, hier ist irgendwie... Ich weiß jetzt nicht genau, was wir mit einem Feuerlöscher machen sollen. Ich nehme jetzt aber einfach mal mit. Ich halte mich erstmal kurz auf der rechten Seite. Bist du rechtsradikal? Ja. Ja, bin ich. So, hier ist Treppenhaus. So komische, enge Räume, äh, Räume vor allen Dingen. So komisch enge Gänge sind das hier. Mag ich überhaupt nicht. Hier ist so ein Knicklicht. Das nehmen wir auch mit. Hier ist so ein bisschen Arznei. Warum können wir die Arznei nicht mitnehmen? Ich meine, das ist doch voll nützlich, oder nicht? Gerade in einem Horrorspiel. Hier sind ein paar Spinde. Aber hier ist, glaube ich, nichts drin, ne? Ich glaube, die dienen einfach auch nur zum Verstecken oder so. Ist das hier, glaube ich, so Umkleidekabine oder sowas? Was ist das hier? Achso, ein Lichtschalter. Alles klar. Den lasse ich mal an. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und schauen einfach mal. Da waren wir ja schon gewesen. Hier müssen wir gleich wieder aufpassen, wegen diesem blöden Rohr. So. Dass die doch keine Ampeln gebaut haben, das wundert mich ja echt, ne? Wow, 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 wow. Warte mal. Ich dachte, ich hätte gerade Schritte gehört. Aber ich glaube, die waren nur von uns gewesen, oder? Ich lausche mal. Oh, dieses blöde Rohr, das nervt gerade übelst, ne? Dann waren das doch nur meine Schritte gewesen. Ich habe hier schon Paranoia bekommen. Oh, diese doofen Dinger hier. Schnauze hinten! Ich will hier in Ruhe spielen. So, was ist hier? Da, hallo? Da sperrt der Typ sich erstmal von alleine aus. Ja, das ist sehr schlau von dir. Ich stehe immer mal vor, das passiert, wenn du verfolgt wirst. Weißt du, rennst da, willst du durch den Raum rennen, willst du die Tür zu machen? Was machst du? Sperrst dich dann mit dem Monster im Flur ein. Super. Klasse Idee. So, was ist hier? Hier sind wieder ein paar Werkzeuge. Ich will die mitnehmen, Mann. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Hier ist ein Radio. Das nehme ich mit. Können wir ein bisschen Hitradio und Tenne unterwegs hören. Hier ist eine schöne Drehmaschine, direkt mal mitnehmen auf Ebay verkaufen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Hunderter noch für. Das heißt Hunderter, Tausender bestimmt sogar. Hier ist ein bisschen Papierkram. Das ist... Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, hier wieder Schränke. Da ist aber auch eine Strinne. Gut, dann haben wir die Etage, aber... Ach guck mal, hier ist sogar noch... Hier ist, glaube ich, noch was. Wieder ein weiteres Knicklicht. Hallo, ich möchte... Achso. Ich will aufstehen. So. Dann können wir eigentlich ja direkt mal... Das waren nicht meine Schritte. Das waren definitiv nicht meine Schritte. Ich bin weg. Tschüss. Ich bleibe jetzt hier. Hallo. Wie kleiner Typ sich auch machen kann. Der ist voll gelenkig. Arbeitet der im Zirkus, oder? Kann das sein, ne? Also, ich habe gerade eben auf jeden Fall langsame, dumpfe Schritte gehört. Und das ist kein gutes Zeichen. Wirklich. Und ich höre sie gerade. Ich habe ein Radio. Geh weg. Geh. Schnell. Das ist ein Klassik-Sender. Das willst du nicht hören. Glaub mir. Das willst du nicht hören. Damit schlagen wir ihn in die Schlucht. Äh, in die Schlucht. Ja. In die Flucht schlagen wir ihn damit. Dann werfen wir das Radio an. Dann machen wir so einen Klassik-Sender an. Weißt du? Wo dann irgendwie so Opernmusik läuft. Glaub mir. Die rennen alle weg. Da rennt die jeder weg. Das ist die ultimative Massenvernichtungswaffe. Einfach ein Radio nur platzieren. Mit Klassik-Sender. So. Ich habe sonst auch einen Feuerlöscher. Der kann auch gefährlich werden. Und, äh, eine Sicherung. Falls sie bei dir durchgebrannt ist. Dann müsste ich die eigentlich direkt bei mir eigentlich einsetzen. Äh, ich lasse mal einfach die Taschenlampe hier. Ich lausche gerade mal ganz kurz, ja. Oh. Jetzt wird er ein bisschen fixer. Also man hört es auf jeden Fall. Der ist hier noch auf der Etage unterwegs. Das ist immer dieses, ich hasse das. Das war schon damals bei Alien Isolation schlimm. Wenn du einfach nicht weißt, wo dieses blöde Vieh gerade ist. Und du einfach die ganze Zeit in so einem blöden Spind drin sitzt. Und einfach nicht weißt, wann du in dich raus kannst. Wenn ich jetzt einmal rausgehe und das Vieh mich sieht, dann bin ich weg. Wobei das eigentlich, ist das eigentlich nicht sogar besser, wenn ich eigentlich direkt tot bin, als hier noch großartig hin und her zu laufen. Und ich meine, dann haben wir es wenigstens hinter uns, ne? Denkt dran, ich habe ein Radio. Ich will nicht. Alter, ich will nicht. Können wir Licht ausmachen? So. Geht es eigentlich noch lauter? Öl mal die blöde Tür. Ja, der ist hier noch. Der ist hier noch definitiv. Der läuft da schon wieder. Hat er die Tür gehört? Ich weiß es echt nicht. Okay, die ist schon extrem laut eigentlich. Wir wissen ja noch nicht mal, was es eigentlich ist. Ich glaube, es gibt hier drei Monster. Einmal so ein komisches Lava. So ein komisches Lava-Vieh. Dann gibt es hier einmal so ein Schleim-Monster. Und dann so ein komischer Geist, soweit ich weiß. Nee. Jetzt ein bisschen blöd. Ich will hier nicht die ganze Zeit im Schrank drin sitzen. Ich bin hier nicht. Ich stelle mir das gerade wirklich so vor. Du sitzt da im Schrank drin mit so einem Feuerzeug so. Hilfe. Na komm. Den Mutigen gehört die Zukunft. Ich hab Angst. Aber wir müssen. Ich finde das Rohr mega nervig. Ach, Junge, kann ich das doch einfach abdrehen? Ich hab repariert. Geil, Alter. Ich wusste doch, die Klempner-Lehre hat sich gelohnt. Hier ist das Treppenhaus. Ich geh mal einfach einen Stock weg nach oben. Oh, Gottes Willen. Ich will nicht mehr. Ich hasse eigentlich diese Spiele, wo du immer wegrennen musst. Ah, wir sind auf dem Oberdeck. Alles klar. Super, perfekt. Wo, ist das wirklich so gut? Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt auch einfach mal davon aus, dass es wahrscheinlich... Licht der Golem ist. Ich glaube, es ist der Golem. Die Schritte hören sich danach an. Wobei, sie sind auch ein bisschen schneller. Ach, guck mal. Hier ist der Helikopter. Damit können wir nämlich dann später abhauen. Der läuft hier wieder irgendwo in der Nähe rum. Ich hab grad schon wieder seine Schritte gehört. Ich würd' das Teil gerne mal abdrehen. Gibt's hier irgendwo wieder so'n... Nö. Scheide. Ich glaub, hier kannst du die gar nicht abdrehen. An den Treppen. Denk ich einfach mal. Was auf jeden Fall sicher ist, dass der... nette Herr hier noch irgendwo rumläuft. Also, es hat jetzt aber keine Matschgeräusche oder sowas gemacht. Ich glaub, das ist wirklich dieser komische Golem. So. Schauen wir einfach mal weiter. Hier muss auch noch irgendwo ein Eingang sein, wo wir reingehen können. Kein Eingang? Hier ist ja gar nichts, Alter. Doch, hier ist wieder. Ey, bei jedem scheiß Geräusch, das ich nicht kenne. Da krieg ich direkt wieder so Panikanfälle. So, ich geh jetzt hier einfach mal rein. Kann der eigentlich Türen aufmachen? Alter, ich hoffe nicht. Also, ich denk mal, aufrennen sicherlich oder rausreißen oder so. Aber... Ob er die ganz normal aufmachen kann, dann bin ich mir gar nicht mal so sicher. Oder die Monster, besser gesagt. Wollen wir einfach mal wieder so auf der rechten Seite lang gehen. Das hab ich schon damals in Daylight immer gemacht. Immer so auf der rechten Seite, immer durch die ganzen Gänge gelaufen. Dann kommst du überall einmal vorbei. So, hier ist wieder Spind. Ich mach die einfach mal auf. Hier ist ein komischer Zettel. Den müssen wir aber nicht unbedingt... Ja, gut, den können wir mitnehmen. Aber ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt hier vorlesen. Ist sowieso alles auf Englisch. Und ich will mich hier hauptsächlich aufs Gameplay konzentrieren. So. Hier ist nischt. Hier ist nischt. Oh, fuck. Da ist er. Ich meine, ich hab keine Angst. Wenn er hier reinkommt, Alter, ich prügel meine Faust einmal durch den Schrank durch und in seine Fresse rein, Alter. Weißt du, ich bin da, bin ich knallhart. Ich hätte die Tür abschließen sollen, glaube ich, ne? Er läuft vorbei. Boah, ich find das so mega gruselig irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Wenn du den kein einziges Mal zu Gesicht bekommst, aber die ganze Zeit immer wieder die Schritte hörst. Ich finde, das hat richtig Atmosphäre. Ich sag jetzt übrigens auch immer der, ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es der Golem ist, weil es hört sich einfach danach an. So schwere Schritte und ich glaub, das ist er auch. Scheiße, hab ich den anderen Spinn eigentlich offen gelassen? Das ist doof. Weil wenn er da zu ist, kann er in den einen nämlich reingucken. Er ist jetzt, glaube ich, hier etwa bei uns vor der Tür. Geht weiter. Ist jetzt, glaube ich, so ungefähr vor uns. Irgendwo im Flur. Ich glaub, im Treppenhaus oder so. Der ist genauso penetrant wie das Alien in Alien Isolation, auch immer. Egal, wo du hingehst, er ist immer so ungefähr in deinem Umkreis. Mega nervig. Die Viecher wissen, wo du bist, aber... Also die, die wissen, wo du ungefähr bist, aber nicht, wo du genau bist. Ist nur so ein bisschen, naja. So könnte ich wieder rausgehen. Der läuft hier doch noch irgendwo. Ich glaub, der geht in Räume gar nicht mal rein, wenn er nix hört, ne? Oder nicht, weil ich weiß, dass wir hier sind. Hier, den einen mach ich mal zu. Da kann er nämlich in den einen reingucken. Weil wenn beide jetzt offen sind und einer zu, äh, wenn einer zu ist und der andere offen und wir natürlich in denen drin sind, der zu ist, da guckt er da natürlich eher rein. Ist ja logisch. Scheiße, kein Licht. Ist jemand von euch Elektriker? Das war eine Halle-Harm-Anlage, glaub ich. Nee. Ich bin mal weg, ne? Ich geh mal hier rein. Kitchen. So. Alter. So. Alter, das Spiel, ne? Wirklich. Hier sind ein paar Tassen. Nehme ich mit? Ach, kann ich gar nicht. Äh, jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Was brauchen wir denn nicht? Feuerlöscher. Sch. Sch, hab ich gesagt. Scheiß Feuerlöscher. Kannst du nicht leise sein? Kannst du nicht leise hinfallen? Geht das nicht? Sch. Hab ich gesagt. Schnauze. Oh, überall geht der Strom nicht. Hier ist eine Cola-Flasche. Also, ich glaub, die, äh, das Zeug hier, das ist einfach nur zum Werfen, zum Ablenken oder so. Und hier ist einfach nur das Wasser, der reúgel fanger der Florian vom kann. Schalke auf dem Ziel. Vielen Dank.